Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, Eric Oliver Mechler. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man eine Facebook-Fanpage erstellen kann. Wer mehr darüber auffangen möchte, bleibt dabei. Jetzt geht's los. Ja, das ist ein neues Video zum Thema Facebook-Fanpage erstellen. Ich habe bereits früh ein Video darüber gemacht, 2019. Das habe ich hier verlinkt. Und jetzt habe ich aber gemerkt, dass sich der ganze Workflow bei Facebook mal wieder angepasst hat. Aus diesem Grund ist es wieder Zeit, dieses Video zu aktualisieren, respektive neu zu machen. Und da ich gerade ein Projekt am Programmieren bin, einen neuen Webshop für hier in der Schweiz, habe ich gedacht, wir machen gleich mal die Fanpage für dieses Projekt. Also, dann gehe ich jetzt direkt mal rein in Facebook und dann fangen wir an. Also ja, wie ihr wisst, Fanpages bei Facebook sind eigentlich eine coole Sache, um Community zu bilden und zu unterhalten. Und das möchte ich jetzt natürlich für mein kleines Projekt ebenfalls machen. Ich baue ja hier gerade einen neuen Shop auf, der Geek Shop. Da möchte ich dann meine Widerstände, meine Raspberry Pi Tools und so weiter verkaufen. Und da habe ich jetzt entschieden, ich mache jetzt hier einen schönen großen Shop. Nicht erschrecken, dieser Shop ist wirklich gerade im Aufbau. Da bin ich jetzt also fleißig dran. Und jetzt möchte ich für diese Seite eine Fanpage machen, damit ich auch eine Community aufbauen kann. Vielleicht habt ihr ja Interesse, dann klickt auf Gefällt mir. Ja, und jetzt gehe ich einfach mal in Facebook rein und dann hier unter Seiten. Ihr kennt das. Das ist ja die Auflistungsseite, wo ihr überall Administrator seid oder wo ihr mit euren Fanpages verknüpft seid. Und jetzt möchte ich eine neue Seite erstellen. Jetzt gibt es hier einen Button, neue Seite erstellen. Und jetzt klicke ich hier drauf und jetzt seht ihr, der ganze Workflow hat sich verändert. Jetzt müsst ihr nicht mehr entscheiden, ob es eine Business-Seite ist oder eine private Seite. Jetzt könnt ihr das direkt hier machen. Also ich gebe jetzt hier ein, Geekshop.ch. Das soll mein Name sein natürlich. Dann habe ich hier eine Kategorie. Ich nehme jetzt hier einfach Elektronik. So, ihr seht das. Ihr könnt auch mehrere Kategorien machen. Vielleicht noch Internetunternehmen oder so. Könnt ihr dann selber machen. Hier eine kleine Beschreibung einfügen. Und wenn ihr soweit seid, dann könnt ihr hier unten auf Seite erstellen. Jetzt läuft das im Hintergrund. Das wird alles abgespeichert. Und dann kommt ein Update, wo ihr weitere Dinge einfügen könnt. Wie ihr hier sehen könnt, ist bereits passiert. Als nächstes könnt ihr nämlich die Bilder hinzufügen. Jetzt müsst ihr wissen, das Profilbild, das ist ja das runde Bild hier. Dieses Bild hier. Da sagt Facebook jetzt gerade, es soll eine Größe von 170x170 Pixel haben. Ich persönlich, ich werde hier ein Bild einfügen, das etwa 500x500 hat. Ihr müsst einfach schauen, dass es wirklich sauber gemacht ist. Und dass es für runde Formate optimiert ist. Also wenn ihr irgendwie den ganzen Ecke ausfüllt oder so, dann wird hier einfach abgeschnitten. Und dann habt ihr noch ein Titelbild, das ihr einfügen müsst. Und da hat Facebook gesagt, die Größe muss sein, 1640 auf 8,56 Pixel. Und ich werde das genau so machen. Nun, dann füge ich die Bilder hinzu. Ich klicke einfach hier drauf und wähle das entsprechende Bild aus. Das wäre hier den Geek Shop und hier Geek Shop 2. Und wie ihr sehen könnt, es wird direkt angezeigt, wie das Resultat danach aussieht. Also ich habe jetzt hier geschaut, dass das alles schön in der Mitte ist, damit die Ränder hier auch abgeschnitten werden können. Und auch hier das Bild habe ich noch angepasst, wie man jetzt sehen kann. Ich habe es schon fast ein bisschen zu groß gemacht. Das werde ich nachher noch ändern, damit es oben nicht abgeschnitten ist. Aber ich weiß, das ist ja nur eine Preview-Funktion, eine Vorschau-Funktion. Ich werde am Schluss schauen, ob das Bild stimmt oder ob ich es wirklich ein bisschen anders positionieren muss. Aber wenn ich das gemacht habe, kann ich natürlich auch noch die Bilder hier ein bisschen besser positionieren. Ihr seht, ich kann das auch ein bisschen verschieben. So. Und wenn ich hier das machen möchte, kann ich nicht. Aber das Titelbild, da kann ich noch ein bisschen anpassen und positionieren. Rauf und runter. Wenn es mir nicht gefällt, kann ich hier auf diesen Abfallheimer klicken. Und dann ist es wieder weg. Dann kann ich das Bild neu hochladen. Und wenn ich zufrieden bin, klicke ich einfach auf Speichern. Ja, und wie ihr wisst, 2021 hat Facebook angefangen, WhatsApp noch enger an sein System einzubinden. Und darum fragt er mich jetzt, ob ich hier jetzt WhatsApp verknüpfen möchte, damit ich nachher WhatsApp-Werbung schalten kann und so weiter und so fort. Für mich möchte ich das jetzt nicht machen. Ich könnte es machen. Ich habe hier mein Business-Handy drin mit WhatsApp-Business. Da kann ich einfach hier draufklicken. Dann bekomme ich einen Code, den ich dann hier einfügen muss. Und dann sind diese zwei Systeme ineinander verflochen. Möchte ich nicht. Ich klicke also hier weg und verlassen. Und jetzt sehe ich eigentlich, wow, die Fanpage wäre jetzt eigentlich schon fast fertig. Also ich könnte sie natürlich jetzt schon brauchen. Jetzt müsst ihr einfach sehen, dass es noch verschiedene Schritte gibt, die ihr machen könnt. Und dafür hat hier Facebook diese kleine Übersicht gemacht. Also ich kann jetzt hier sehen, ich habe vier von 13 Schritten abgeschlossen, die mir Facebook vorschlägt. Es gibt ein paar, die ignoriere ich und ein paar, die ich wirklich brauchen kann. Also ich gehe jetzt hin. Habe ich alles gemacht? Facebook ein Profilbild hinzufügen. Lasse ich jetzt mal. Habe ich ja bereits gemacht. Eigentlich könnte ich natürlich noch mal machen. Ihr seht, Profilbild. Jetzt habe ich es gemacht. Jetzt habe ich es hier noch drin. Könnt ihr machen, müsst ihr nicht. Ihr habt es ja bereits vorhin eigentlich auch schon gemacht. Jetzt habe ich aber hier unten noch Sachen, die ich einfügen möchte, die sicherlich praktisch sind, die auch eure Kunden oder eure Besucher gerne wissen möchten. Also die Webseite hinzufügen. Kann ich natürlich hier gleich kopieren. Dann klicke ich hier, füge eine Webseite hinzu. So. Und danach wäre das eigentlich gemacht. Und dann seht ihr hier unten, die Änderung wurde gespeichert. Also ihr müsst hier nicht irgendwie auf Bestätigen klicken, auf Abspeichern klicken. Müsst ein bisschen warten, vielleicht noch zwei, drei Mal draufklicken. Dann ist nachher diese URL verknüpft. Ihr seht, der Punkt ist bereits weg. Standortinformation, ja, wo bin ich? Wo ist der Standort? Da mache ich jetzt einfach mal St. Galen, Schweiz. Dann kann ich hier unten noch einstellen, ob es eine, ob Leute meinen Shop besuchen können. Nein, es ist ein Online-Shop. Also lasse ich das mal. Das lasse ich jetzt auch mal weg. Könnte ich natürlich auch machen. Also ihr seht, ich habe hier einfach mal das Ganze ausgefüllt. Und wie immer, es ploppt dann sofort auf. Ja, deine Änderung wurde dann gespeichert. Wenn ihr das natürlich nicht möchtet, obwohl ihr einfach jetzt aufpassen müsst, dass ihr keine rechtlichen Probleme bekommt, könnt ihr es drin lassen oder sonst nehmt ihr es einfach weg. Ihr seht, es wird ziemlich schnell abgespeichert. Ich lasse das jetzt so und klicke es weg. Und dann könnte ich hier noch Geschäftszeiten einfügen. Ja, immer geöffnet, dauerhaft geschlossen. Ausgewählte Zeiten. Dann könnt ihr natürlich dann einstellen, wie ihr möchtet. Ich mache jetzt einfach immer geöffnet. Plupp, schon abgespeichert. Kann ich den nächsten Punkt anschauen. Telefonnummer. Möchte ich eine Telefonnummer haben? Nein, möchte ich nicht. Dann kann ich natürlich hier wieder WhatsApp verknüpfen. Möchte ich auch nicht. Dann kann ich hier noch einen Action-Button einfügen. Den kennt ihr bereits. Also ich kann hier das direkt dann jetzt buchen, Nachrichten senden, E-Mail senden, registrieren und so weiter und so fort. Also diese ganzen Sachen könnt ihr dann machen. Ich nehme jetzt einfach jetzt kaufen und gib Shop. Jetzt müsst ihr es abspeichern. Habt ihr es gesehen? Ist aber auch schon gemacht. Und jetzt seht ihr, jetzt haben wir bereits 9 von 13 Punkten gemacht. Das kann ich jetzt lassen. Wurde alles abgehakt. Dann kann ich mal schauen, was ich hier machen könnte. Also ich kann jetzt hier 10 Leute einladen oder Seitenbesuch begrüßen. Kann ich natürlich auch machen. Jetzt kann ich es posten. Und jetzt seht ihr, der erste Post ist bereits da. Also ihr habt jetzt gesehen, es ist gar nicht so schwer, eine neue Fanpage zu machen. Denkt daran, das ist jetzt die Methode für 2021. Ich weiß nicht, wie lange das noch so geht. Also wenn ihr dann später mal 20, 22, 20, 23, 24, 25 dieses Video anschaut und ihr seht, au, das funktioniert gar nicht mehr, das stimmt gar nicht mehr, dann informiert mich. Oder ich werde natürlich dann unten in den Kommentaren, in den zukünftigen Kommentaren, natürlich das neueste Video ebenfalls verlinken. Also wenn ihr eine Frage zur Erstellung einer Facebook Fanpage habt, dann schreibt sie mir unten in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch oder einen Daumen runter. Wie ihr wisst, Bewertungen sind immer schön und auch Feedback ist immer eine schöne Sache. Ja, dann hoffe ich auch, ihr habt meinen Kanal abonniert. Danke schön dafür. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss, zäme, ciao.